Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute mit ein paar spannenden Infos, muss ich sagen. Auch ein bisschen Vorbereitung für den 10.10. Ihr seht hier gerade auch schon Freyna. Da könnt ihr euch schon ein bisschen denken, worum es in Teilen geht. Aber erst mal was anderes. Es gab einen interessanten Reddit-Beitrag. Und zwar gab es ja auch bei The First Descendant eine Beta. Die habe ich ja selber leider nicht mitgespielt, aber in dieser Beta gab es Skins, die es im finalen Spiel nicht gab. Und da ist jetzt die Frage aufgekommen, ey, wann erhalten wir denn diese Skins? Einer dieser Skins ist zum Beispiel hier der von Glay und der wurde betitelt als Vampir-Bild. Das macht jetzt bei Glay natürlich sehr viel Sinn. Vampir, die Vampir-Fertigkeiten, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Aber man geht da stark von aus, dass dieser Skin mit anderen Skins dann für ein Halloween-Event geplant sind und dann an Halloween rauskommen. Wenn wir am 10.10. ja das Update haben für Ultrafrainer, den Boss, die neue Waffe und so weiter, dann wird es, denke ich mal, auch später noch ein Halloween-Event geben. Wenn man auch überlegt, wie vorher die Updates gelegt waren, macht das Ganze auch wieder mehr Sinn. Weil eigentlich war ja jetzt am 26. in ein paar Tagen das erste Update geplant, Update 2, dort sollten nur zwei Kleinigkeiten mit dazukommen. Und dann das große Update, Update 3, sollte ja Ende Oktober mit reinkommen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube, mit Update 3 sollte vielleicht auch direkt dieses Halloween-Event bzw. diese neuen Skins mit reinkommen. Ob wir jetzt ein dediziertes Event bekommen, das weiß ich natürlich nicht. Wäre natürlich ganz cool, wenn es wieder Dailies gäbe, irgendwie was Neues zu tun und und und. Aber auf jeden Fall könnte das bedeuten, dass wir auf jeden Fall neue Halloween-Skins bekommen. Ich finde den Skin von Glay ganz cool und ich hoffe, dass auch mal Skins reinkommen, die man sich freispielen kann. Wir haben zwar schon Skins, die man sich freispielen kann über den Battle Pass. Da kann ich auch jedem raten, Leute, macht das immer in der Season, weil diese exklusiven Cosmetics bekommt ihr nur im Battle Pass. Bedeutet, wenn der vorbei ist, dann ist der auch weg. Hier habt ihr diese Kampfvorrat. Das heißt, alles, was ihr hier seht, könnt ihr nur in der Season bekommen, könnt ihr später wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Deswegen kümmert euch vor allen Dingen in der Season darum, sowas hier euch frühzeitig zu holen. Da gibt es immer zwei Seiten. Einfach mal reinschauen, was euch da interessiert und besorgt euch hier diese Marken. So und das nächste Thema, das ist ein bisschen spannender. Wir haben aktuell in der Woche einen Giftreaktor bzw. ich muss ein bisschen anders anfangen, glaube ich. Es gibt ein Interview mit einem der Entwickler von The 30 Cent im koreanischen Magazin, deswegen auch direkt vorab. Kann immer zu Übersetzungsfehlern kommen, aber ich versuche das einmal für euch perfekt oder so gut es geht zu übersetzen. Und zwar wurde dort gefragt, ey, wird Ultimate Trainer leichter oder schwerer zu bekommen sein als Ultimate Valby? Und die Antwort war ganz klar, es wird auf jeden Fall nicht so einfach sein wie Ultimate Valby, Ultimate Trainer zu bekommen. Wenn wir uns zurückerinnern, Ultimate Valby waren drei Teile wirklich ultra easy. Und nur das eine Teil konnte man nur beim Gearschlund und Frostwalker auch schwer finden. Berichte mich in den Kommentaren, obwohl ich könnte auch einfach mal eben selber gucken. Hier das Teil meine ich nur beim Frostläufer und nur beim Gearschlund. Das Witzige ist, ich weiß nicht wieso, aber das Teil habe ich aktuell zweimal. Ja, ich freue mich auf ETH0. Und das war wirklich sehr schwer zu bekommen. Vor dem Frostläufer-Nerf, da kam er erst vor einigen Tagen, war es wirklich schwer. Gearschlund sind sowieso super schwer. Und Frostläufer auch nicht so ein Selbstläufer. Und die beiden Bosse auf normal haben ja auch nur eine 3% Chance. Also die anderen drei Sachen waren einfach, aber das Ding war echt ganz schön schwer. Und Ultrafrainer soll auf jeden Fall schwieriger zu bekommen sein als Ultimate Valby. Da habe ich zwei Sachen für euch Leute, damit ihr auf, ja sobald Ultrafrainer da ist, natürlich sofort durchstarten könnt. Das ist genauso wie in meinem letzten Video, wo ich das schon mal gesagt habe. Aber ich möchte es einfach nochmal sagen, dass ihr schaut, dass ihr so gut es geht alle Materialien habt, um den Freiner-Bauplan, den Freiner-Stabilisator und, und, und sofort bauen zu können. Dafür geht ihr hier einfach mal in die Grundmaterialien und guckt hier in diese lilanen Items rein. Und schaut, dass ihr einfach von jedem Item genug auf Tasche habt. Und versucht dort schon ein wenig zu farmen, dass ihr wirklich hier alles mal mindestens 100 Mal habt. Gerade diese Ion-Teilchen, die Polyatomen nicht, aber die Anoden-Ion-Teilchen sind super bad zu farmen. Deswegen seid da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber auch gerade jetzt, die nächsten drei Tage, könnt ihr den perfekten Reaktor für Freiner farm. Und zwar ist das der Gift-Tech-Spezial-Munition-Reaktor. Weil, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die beste Waffe auf Freiner ist der geheime Garten. Da auch direkt der Tipp, wenn ihr den geheime Garten noch nicht habt, dann holt euch den jetzt, bevor Ultimate Freiner da ist. Habt ihr wieder was zu tun und macht den auf 4, um dann mit Ultimate Freiner den perfekten oder den besten Bild spielen zu können. Wenn ihr den Bild nicht verpassen wollt, werde ich bestimmt hier auf den Kanal auch bringen, sobald Ultimate Freiner draußen ist. Da gibt es einen richtig, richtig geilen Bild, der genauso stark ist wie teilweise andere Spieler, wo du mit der Ult auf den Boss draufknallst und den Boss in ein paar Sekunden wegmachst. Aber ganz wichtig ist da der geheime Garten. Und eben auch den Gift-Spezial-Munition-Tech-Reaktor. Den gibt es diese Woche. Bei mir sind es gerade noch 4 Tage und 16 Stunden. Wenn das Video online kommt, sind es so 3 Tage und 16 Stunden ungefähr. Deswegen hustelt da auf jeden Fall die nächsten 3 Tage rein. Was ihr haben wollt, ist natürlich Schaden gegen Kolosse und Crit-Schaden. Crit-Chance braucht ihr nicht. Ihr braucht keine Tech-Stärke, keine Gift-Stärke. Ihr braucht Koloss-Schaden und Crit-Schaden. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Crit-Schaden oder Koloss-Schaden nicht bekommt auf einem gelben oder lilanen Wert, könnt ihr natürlich auch Tech- oder Gift-Stärke mit dazu nehmen. Aber mein Tipp ist auf jeden Fall Crit-Schaden und Koloss-Schaden. Crit-Chance braucht ihr nicht, weil die Chance, dass ihr ein Crit macht, ist beim geilen Garten sowieso bei 50%. Wenn ihr da einmal Erkenntnis reinpackt, seid ihr sowieso direkt bei 100%. Und hier bei Baumschlag könnt ihr aktuell richtig gut farmen. Was ihr natürlich machen könnt, ist einfach die Missionen hier. Müsst ihr mal selber schauen, welche Missionen gut sind und welche nicht gut sind. Das habe ich jetzt leider aktuell nicht auf dem Stürm. Aber könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wenn die den anderen helfen. Gibt ihr 5 Missionen, vielleicht hat da ein oder andere von euch einen super Tipp, was hier die beste Mission ist, um einen Reaktor zu farmen. Zuflucht zum Beispiel wäre natürlich perfekt. Schön auf 250% ballern, schön noch die Erfahrung mitnehmen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Zuflucht vielleicht ganz gut sein könnte, um diesen Reaktor zu farmen. Und als letztes natürlich, um perfekt für Ultimate Trainer vorbereitet zu sein, holt euch auf jeden Fall schon mal die roten Module, die wir schon haben. Wir kriegen zwar neue, jeder Ultimate Charakter hat ja 2 rote Module, die nur der ultimative Charakter nutzen kann. Aber holt euch auf jeden Fall Neurotoxinsynthese, weil das schon jetzt eine der stärksten roten Module ist für Trainer. Und dann schauen wir mal, was wir von Ultimate Trainer bekommen. Wenn ihr nicht zu The First Descenten verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da würde mich sehr freuen. Ganz viele von euch schauen die Videos, aber folgen dem Kanal nicht. Deswegen einfach mal Follow da lassen. Das ist komplett kostenlos. Ihr verpasst nichts mehr zu The First Descenten. Und was auch immer sehr cool ist, ist ein Like auf dem Video. Damit unterstütze mich natürlich enorm. Ist auch komplett kostenlos. Und nur ein Klick würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. termin auch ijn dir